Ich wette, meine selbstgemachte Wagner-Pizza würde dir am besten schmecken. Schreib's mal in die Kommentare, ob du sie probieren würdest. Wir brauchen würzige Tomatensauce, viel Käse und das Wichtigste, Kapa. Dann brauchen wir ganz viel Parmesan. Und weil das immer noch nicht genug Käse ist, auf jeden Fall auch noch Schafskäse drauf. Am Ende wird die Pizza noch speziell gewürzt. Und weil das wirklich die weltbeste Pizza ist, hab ich sie anschließend von mehreren Creatern probieren lassen. Und das haben sie dazu gesagt. Ehe, ne, eben das hast du da drauf noch. War, wer hat das gemacht? Machst du das? Die Pizza durfte dann anschließend noch bewertet werden und man durfte Punkte vergeben. Ich habe mir selber alle Punkte gegeben, aber es hat irgendwie nicht gereicht. Und trotzdem ist es immer noch die weltbeste Pizza.